Es gibt so viele tolle Frauen und Flinter da draußen, wieso hören wir dann immer nur die gleichen Geschichten von den immer gleichen Menschen? Dieser Podcast soll das ändern. Bei Talk to Walk spreche ich jede Woche mit tollen Frauen, von denen ihr höchstwahrscheinlich noch nie etwas gehört habt. Die aber jeden Tag Großartiges leisten, die Mut beweisen, die neue Wege gehen und die manchmal entgegen aller Irrungen und Wirrungen ihr Leben kreieren. Und zwar so, wie es ihnen gefällt. Ich bin Claudi und das ist die nächste Folge von Talk to Walk, präsentiert von Tamaris. Bevor wir richtig rein starten, so ein Podcast, der entsteht natürlich nicht einfach so. Wir haben einen ganz tollen Werbepartner und zwar Tamaris. Und das ist richtig toll, weil Tamaris eine Marke ist, die unterschiedlichste Frauen mit ihren Produkten durch alle Lebenssituationen begleiten will. Von Kopf bis Fuß, durch Höhen und durch Tiefen. Und damit steht Tamaris meiner Meinung nach auch total für Female Empowerment. Und das ist ja das, was wir mit diesem Podcast schaffen wollen. Passt also perfekt. Ich freue mich sehr über meine heutige Gästin hier, denn wir sprechen über ein Thema, über das, wie ich finde, noch viel zu wenig gesprochen wird, weil es einfach auch sehr viel Schwere und Trauer oft mit sich trägt. Und weil es einfach für die Betroffenen oft nicht leicht ist, überhaupt darüber zu sprechen. Deswegen bin ich wirklich umso dankbarer, dass du heute hier bist, Anna. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf, Claudi. Und ich glaube wirklich, dass mehr Menschen und vor allem mehr Eltern, als man denkt, dieses Schicksal getroffen hat oder dass sie Ähnliches auch durchmachen. Und deswegen weiß ich eben auch, dass es sehr heilsam sein kann, in solchen Situationen auch zu wissen, dass man nicht alleine ist. Und zwar geht es heute um deine Töchter. Zum einen dein Sternenkind Cleo, die bei ihrer Geburt dann schon verstorben war. Und über dein Regenbogenkind Freya, die jetzt gerade hier quikfidel einen Stock tiefer mit ihrem Papa liegt und sich amüsiert, während wir hier heute sprechen. Ganz genau. War das deine erste Schwangerschaft, die du hattest mit Cleo? Ja, Cleo war meine erste bewusste Schwangerschaft, sage ich jetzt mal. Das erste Uppsala. War es geplant, dass du schwanger warst? Nee, ganz und gar nicht. War nicht geplant. Ich habe immer gesagt, ich bekomme bestimmt ein Uppsala. Aber ich hatte wenige Wochen vorher erst für mich beschlossen, dass es jetzt erst mal kein Thema für mich ist. Und wie ist die Schwangerschaft verlaufen? Wie hast du dich da gefühlt, nachdem es ja ein Uppsala war? Wurde es dann trotzdem etwas, was du auch enjoyen konntest? Ja, der Anfang war hart. Also ich leide auch immer in jeder Schwangerschaft bisher unter starker Übelkeit. Die Entscheidung, erst mal zu treffen, war auch keine leichte, weil ich so überfordert war. Aber es war relativ schnell klar für mich, dass ich den zweiten Weg der Abtreibung nicht gehen kann. Und dann habe ich mich für sie entschieden. Und ab dem Moment dieser Entscheidung, ich meine, sie hat eh schon von Anfang an mir ein starkes Gefühl gegeben, dass sie da sein will. Und ich habe mich irgendwann hingegeben und habe dann nach 20 Wochen, wo dann die, nach der ersten Hälfte, wo die Übelkeit wegging langsam, einfach die Schwangerschaft auch wieder genießen können. Und war dann eh schon in einem Headspace vom Mama sein. Und da wächst man ja eh rein. Trotzdem ist es ja dann eine Entscheidung fürs Leben, die man fällt. Absolut. Und du als Frau triffst die. Und du triffst die nicht nur für dich, sondern auch für zwei andere Personen. Und gleichzeitig bei uns kam viel aufeinander. Die Wohnung wurde uns kurze Zeit vorher auf Eigenbedarf gekündigt. Wir hatten eine Ausstellung mitten in der Pandemie gemacht. Der nächste Lockdown stand an und wir waren da gestanden. Können wir uns das leisten? Wie machen wir das? Und ja, wir haben nicht mal gerade ein fixes Zuhause. Also da gab es so ganz viele. Und abgesehen davon waren mein Freund und ich damals knapp ein Jahr zusammen. Und das war jetzt weit entfernt von einer Planung oder so. Es waren eigentlich eben im Endeffekt war das ein Moment, der ungünstiger, in Anführungsstrichen, nicht hätte sein können. Ja, aber manchmal, das ist ja auch das Schöne am Leben, dass man dann doch Situationen hat, wo das Leben einfach reingrätscht. Und wo es sagt, so jetzt habe ich halt einen anderen Plan für euch. Und dann kommt halt manchmal alles auf einmal, so gefühlt. Aber das kann ja auch eine sehr schöne Chance für Wachstum sein. So habe ich es dann eben auch wahrgenommen und gesehen. Und dadurch, dass es für mich relativ schnell dann auch klar war, welchen Weg ich gehe, konnte ich mich dann auch darauf einlassen. Und bin auch in der Schwangerschaft auch schon daran gewachsen. So eine Schwangerschaft ist eh crazy. Egal, wie oft man sie macht. Das ist einfach eine Achterbahnfahrt. Du warst dann schwanger mit Cleo und es ist ja eigentlich auch alles gut verlaufen. Und du warst dann auch schon über den Entbindungstermin drüber, als du dann eben gespürt hast, dass etwas nicht stimmt. Wie war diese ganze Situation für dich? Also die Schwangerschaft allgemein war für mich sehr körperlich herausfordernd. Und die letzten Wochen habe ich mich ohnehin sehr geschleppt. Cleo war ein unglaublich aktives Kind. Ich habe wenig geschlafen und hatte grundsätzlich eh das, was viele Frauen haben, kurz vor der Geburt. Das ist einfach viel. Und ich habe mir einfach nur gewünscht, dass endlich die Geburt kommt. Und es war Hochsommer. Es hatte immer wieder 38 Grad in Berlin. In dieser Betonstadt, das war crazy. Also es war alles andere als angenehm. Und ich war irgendwann nur noch genervt und wollte einfach diese Geburt hinter mich bringen. Und kam dann eben auch in die 40. Woche, kam zum Geburtstermin. Einen Tag nach Geburtstermin war es so, dass ich aufgewacht bin, sehr früh, um fünf, ziemlich genau fünf. Und ich bin aufgewacht und habe Cleo ganz laut in meinem Inneren gesagt. Konnte überhaupt nicht einordnen, was es bedeutet, wurde aber nervös. Sie hat sich weiterhin bewegt. Es gab gar keine Anzeichen, dass mit irgendwas nicht stimmt. Sie war auch immer ein absolut unauffälliges Kind. Ich war damals 28. Wie gesagt, 41. Woche fing gerade an. Also alles, wo man sagt, alles der Norm entsprechend. Easy, Erstgebärende. Da denkt man lange noch nicht drüber nach, irgendwie die Geburt zu starten. In Deutschland zumindest nicht. Und meine Ungeduld, die ich hatte, die ich auch schon vorher hatte, dass es jetzt bitte endlich passieren soll, die habe ich halt auch als normal eingeschätzt, als Ungeduld. Und so wurde ich auch wahrgenommen, als ungeduldig. Weil es war heiß, es war alles anstrengend. Und dieser Morgen kam und zu Besuch war meine Mutter. Und ich habe meiner Mutter und meinem Partner dann eben erzählt, irgendwie, weiß ich nicht, fühlt sich off an. Ich habe versucht, zu meinem Arzt zu gehen, der war im Urlaub. Dann habe ich meine damalige Hebamme gefragt, ob ich zu ihr kommen kann. Weil nach dem ET in Deutschland, meine ich, sollte man alle zwei Tage eben untersucht werden, um zu checken, ob die Plazenta noch gut funktioniert, ob das Kind noch genug Fruchtwasser hat etc. Und ich rief meine Hebamme an, die konnte erst am nächsten Tag. Und ich war damit in Ordnung. Ich wusste, ich habe mich jetzt um alles gekümmert. Ich habe auch im Krankenhaus angerufen. Die hatten mich sogar erst ein paar Tage später fix reinholen wollen. Also es waren alles so Momente, wo dir von außen signalisiert wurde, ist alles okay. Ja, es gibt ja keinen Anlass. Du bist gesund, das Kind ist gesund. Bist halt ungeduldig. Und ich habe das auch geglaubt. Also ich weiß nicht, ob ich es wirklich auf allen Ebenen geglaubt habe. Aber für mich war es halt so, okay, komm runter. Sie ist halt nicht gekommen an dem Tag, der erfunden, geschätzt wurde. Chill. Und dann verging die nächste Nacht und am 4. August 2022 bin ich dann mittags zu meiner Hebamme. Und es war ein echt extrem heißer Tag. Meine Mutter und mein Partner haben mich dorthin begleitet und die Hebamme hörte nochmal die Herztöne. Cleo bewegte sich und sie meinte eben, keine sechs Tage mehr, du kriegst das hin. Du bist schon soweit. So, es passiert jetzt bald. Und ich bin rausgegangen aus dieser Hebammenpraxis und ich habe geweint, weil ich nicht sagen konnte, was. Aber ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Also es war eher kein Wein vor Erleichterung, sondern ganz im Gegenteil ein Wein verzweifelt. Ja, ich war verzweifelt, weil ich nicht sagen konnte, was mir fehlt. Und dementsprechend konnte mich auch keiner ernst nehmen. Ich hätte es nicht mit ihren Verbindungen so richtig gebracht damals. Vielleicht wollte ich es auch nicht wissen. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir nach Hause gegangen sind und mir ging es total schlecht. Aber psychisch. Und es war halt auch super heiß. Es hat mich an die Grenzen gebracht und wir gingen die Treppen hoch. Und ich ging auf Toilette und ich habe sie noch zucken gespürt. Und ich sage zucken, weil das war keine normale Bewegung, wie ich sie kannte. Kein spielerisches oder kein Umdrehen oder so. Und es war das letzte Mal, als ich sie spürte. Und ich bin danach in die Badewanne gegangen, um mich abzukühlen. Und habe nur gewartet auf die nächste Bewegung. Und dann dachte ich mir, ja, so ein Kind schläft ja auch mal. War es eine halbe Stunde? War es eine Stunde? War das eine Bewegung gerade? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich, und dann vergisst man das ja auch. Man ist ja die ganze Zeit schon schwanger. Gehe weiter. Der Tag geht weiter. Meine Mutter massiert mich. Und ich sage noch zu ihr, komisch. Normalerweise, wenn ich auf der Seite liege, macht sie total rabatz, weil sie das nicht mag. Und ich war noch so, ach wie angenehm. Ich konnte eine Massage genießen und so. Aber irgendwie war es strange. Ich kannte ja mein Kind schon. Es war ja nicht normal. Und ich wartete und ich wartete. Und ich wurde immer nervöser gegen Abend und kurz vor Mitternacht. Oder so gegen 11 Uhr Abend oder 10 Uhr. Wir wollten uns gerade schlafen legen, habe ich zu meinem Partner gesagt. Nee, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Ich muss jetzt wissen, was da los ist. Im Krankenhaus angekommen, meinte auch die Hebamme, du, kurz vor der Geburt werden die sehr ruhig. Das ist ganz normal. Mach dir mal keine Gedanken. Das heißt, das haben die gesagt, bevor sie dich auch untersucht haben? Genau, genau. Dann war da noch so eine Hebammenschülerin dabei. Und dieses arme Mädchen, die hat den Herztun nicht gefunden. Und man geht dann ins CTG-Raum und dann werden die Herztöne und der Wehenmesser angelegt. Und dann bei so einem großen Kind vollreif. 41, also ich weiß nicht, wer alles zuhört oder weiß, 40 Wochen in der Regel geht eine Schwangerschaft. Ich war ja schon drüber. Das heißt, das Kind war fertig. Cleo wog 3600 Gramm. Sie war... Voll ausgewachsen. Ich war riesig. Sie war riesig. Und diese Hebammenschülerin fand den Herztun nicht. Und ich war so ungeduldig. Dachte, ja, okay. Ist auch schon mal irgendwann früher vorgekommen. Ich habe halt noch so meinen Film geschoben, dass wir den schon noch finden. Von meinem Partner weiß ich, dass er auf dem Stuhl saß und richtig wütend wurde, weil er dachte, das ist nicht gut. Und wütend auf diese Schülerin wurde. Sie findet doch diesen Herztun jetzt. Sie rief dann die Hebamme, die dann auch suchte, also die erfahrenere. Und ich habe an ihrem Gesicht gesehen, dass was nicht stimmt. Aber ich habe mir selber gesagt, nee. Und sie so, ah, wo ist denn die Maus? Und ich so, ja. Und dann meinte sie so, ich muss mal kurz telefonieren. Und hat eine Ärztin geholt. Die sehr schnell kam mit einem Ultraschallgerät. Und die, ich habe auf dem Bildschirm gesehen, dass da nichts mehr sich bewegt hat. Und dann sagte sie, sie sagte, es tut mir leid, das Herz hat aufgehört zu schlagen. Ja, das war krass. Weil ich wusste es ja irgendwie schon. Und ich glaube, das ist wichtig, auch für meinen Heilungsprozess. ich habe keine Sekunde es nicht akzeptiert. Ich habe sofort gesagt. Ich habe es sofort als meine Realität anerkannt. Ich habe überhaupt Gedanken gehabt, abzuhauen. Oder keine Ahnung. Ich habe mir sofort, so meine Psyche hat sofort versucht, Auswege zu finden. Wie ich mich jetzt, keine Ahnung, betäuben kann, indem ich, weiß ich nicht, anfange was zu trinken oder Zigaretten rauche, die ich schon Jahre nicht mehr angefasst hatte. Oder solche komischen Gedanken. Der Schutz. Also der Moment, wo du traumatisiert wirst und du kannst nicht wegrennen, aber du kannst auch nicht stehen bleiben und aufgefressen werden. Weil das hätte ich am liebsten gehabt in dem Moment. Aber es ging nicht. Was macht man dann? Man betäubt sich. Oder man versucht sich zu betäuben. Man findet Auswege im Kopf, zumindest aus dieser Situation zu fliehen. Zumindest war es so für mich. Und ich habe das keine Sekunde angezweifelt, dass es wahr ist, was die Ärztin sagt. Und wir haben alle geweint. Die Ärztin hat geweint. Die Hebammen haben geweint. Und das Erste, was mir rauskam, mein Partner war mittlerweile schon hinter mir gestanden. Ich weiß nicht, wann er hingegangen ist. Das Einzige, was ich noch weiß, war, dass mein allererster Satz war, es tut mir leid. Als wäre ich dran schuld gewesen. Interesting. Ja. Ich habe mich, ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte versagt als Mutter. Er hat natürlich gesagt, dass ich aufhören soll, das zu sagen, dass es nicht stimmt. Dass ich nichts dafür kann. Aber es ist ja trotzdem interessant, dass das so als erster Impuls aus dir rauskam. Das heißt ja, wie tief das auch drinsteckt, dieses ja, Performen. Ich weiß jetzt nicht, was für ein anderes Wort mir einfällt, aber dass auch Frauen performen müssen, auch in der Schwangerschaft. Ja, das ist eh das nächste Thema. Das ist ja eh die größte Albernheit überhaupt, dass man glaubt. Ich habe auch darunter in der ersten Schwangerschaft noch stark gelitten, zu glauben, dass ich irgendwas Produktives machen sollte, außer Leben erzeugen. Und im Endeffekt, ja, das war der erste Moment und wir durften dann entscheiden, ob wir im Krankenhaus bleiben oder nach Hause gehen. Und ich wusste, dass meine Mutter zu Hause darauf wartet, dass wir sagen, es ist alles okay. Und die Hebamme hat mich auch, also damals, also die den Tod festgestellt hat, eben ganz tief, sie hat mich einmal kurz zur Seite genommen, hat mir in die Augen geguckt und hat gesagt, du bist nicht schuld. Wenn es eine Sache gibt, die du wissen solltest, ist, dass du nicht schuld bist. Aber in dem Moment war ich so abgeschnitten von der, also es ist das sehr das Spannende, also ich war ja eben hochschwanger und ab dem Moment war ich es nicht mehr. Und ab dem Moment habe ich auch, wenn ich die Augen geschlossen habe, meinen Bauch nicht mehr wahrgenommen. Und der war riesig. Ja, klar. Also ich war bei Cleo deutlich runder als bei Freya, weil sie irgendwie auch ein größeres Kind war und ich hatte einfach diesen, ich habe diesen riesigen Bauch nicht gespürt mehr. Das war wie abgeschnitten. Sie war auch abgeschnitten irgendwie auf eine Art, ich musste mich schützen, glaube ich, vor dem Gedanken, dass sie da drin liegt und tot ist. Das ist ja dann wahrscheinlich auch so ein Überlebensmodus vom Körper und vom Geist. Total. Dass man da so einen Riegel vorschiebt. Ja, also jede Frau geht damit anders um, aber in meinem Fall war es die Erkenntnis und dann war sie noch schon mit draußen und ich konnte einfach nicht fassen, dass mein Kind gestorben ist und ich habe sie ja noch nicht mal, ich konnte den Beweis nicht sehen, außer dass ich sie nicht mehr spürte und wir sind dann noch nachts nach Hause gefahren. Also du hast den Bauch nicht mal gespürt, aber ich stelle es mir trotzdem wahnsinnig komisch dann auch vor mit diesem Bauch, der ja trotzdem einfach ein Symbol ist der Schwangerschaft. Ja, da sind noch einige. Nach Hause zu fahren, zu deiner Mama dann auch und ja, das war, das war, das war richtig schlecht. Also, das war kein schönes Gefühl. Das war, ich war total überrascht, dass mein Freund überhaupt Auto fahren konnte. Der war ja auch total fertig mit den Nerven. Und wir sind nach Hause gefahren und ich habe es meiner Mutter gesagt und das war auch extrem schwierig. ich habe ihr gesagt, dass sie gegangen ist und ich glaube, meine Mutter wusste es auch schon. So hat sie zumindest reagiert. Und ja, und dann hat mein, weiß ich noch, irgendwann dämmerte es, es wurde morgen und so, ich konnte, wir konnten eh nicht schlafen. Hörte ich nur, wie mein Freund seine Familie anrief und das hat mir auch das Herz gebrochen, dass er diesen Moment erleben musste. Die dachten, wir rufen an und sagen, sie ist geboren. Ja, klar. Und dann sind wir, wir hatten um halb acht oder so am nächsten Tag den Termin mit der Oberärztin, um zu besprechen, wie es weitergeht. Und wir haben versucht, uns hinzulegen. Zum Glück war die Schwester von meinem Partner da in Berlin gerade zu dem Zeitpunkt auch und die haben wir dann mit meiner Mutter zusammengetan. Also wir haben halt noch in dem Moment der absoluten Ausnahme uns um andere gesorgt. Das sagt auch schon viel aus über unsere Strukturen auch allgemein oder wie wir als Menschen auch so ticken. Und ich war sehr froh, dass ich wusste, meine Mutter ist da in guten Händen und seine Schwester auch und die können zusammen trauern und das irgendwie verarbeiten und ich muss mich da jetzt nicht sorgen. Und wir sind ins Krankenhaus gefahren und ja, im Endeffekt gab es viele Situationen, an die ich mich erinnern kann, die wichtig waren, die aber eher so anekdotisch sind. aber wir haben dann den Termin mit der Oberärztin gehabt und die war auch so, das ist einfach Pech. Mit 28 gesund, Kind gesund, aus der Ausnahme die Ausnahme zu sein. Es passiert nicht so oft, Abgänge ja, so spätere auch, okay. ich glaube, die Zahl ist 2,8 von 1000 erleben eine kleine oder stille Geburt, habe ich mal in der Studie gelesen und aus diesen knapp drei Frauen war ich nochmal die absolute Ausnahme. Ja, ich habe auch bisher keine Frau kennengelernt, die in der 41. Woche ihr Kind verloren hat. Was ist das Gefühl, wenn man das dann so hört, denkt man in dem Moment so, wieso ich oder wieso wir oder ist das eher was, dass man denkt so, ah, okay, dann bin ich halt eine von einer Statistik? Ich glaube, beides. Zum einen, keine Statistik kann mir den Buckel runterrutschen, was soll das? Hör mir auf mit Zahlen, was interessiert mich? Ich bin die Ausnahme. Es ist egal, was die Zahlen sagen, es fühlt sich einfach, es macht es nicht besser oder so. Zum anderen, das ist eine sehr unschöne, im ersten Moment sehr unschöne Art, besonders zu sein und da half mir auf jeden Fall unbedingt meine ohnehin schon vorhandene spirituelle Praxis vor der Schwangerschaft. Während der Schwangerschaft habe ich mich sehr stark davon distanziert, weil ich einfach wahnsinnig zu tun hatte mit dieser Schwangerschaft und es hat auch noch sehr lange gedauert, eigentlich bis heute, bis ich wieder in diese Praxis auf eine Art zurückfinden kann, aber die hat mir im Endeffekt wirklich viel gerettet, weil ich verstand, also ich für mich in meiner Erklärung das Gefühl habe, dass ich einer sehr besonderen Seele etwas ermöglichen konnte und dass sie mich ausgesucht hat als ihre Mutter, weil ich das tragen kann und das hat mir eher eine Stärke gegeben, nicht in den ersten Tagen, nicht in den ersten Wochen, aber es gibt, es gab uns als Paar, aber auch mir als Frau wirklich so ein, also besonders dann nach der Geburt, einfach so ein Gefühl von Power. Wir haben mit dieser Ärztin gesprochen und sie meinte, dass sie mich einleiten werden und ich war so, wie bitte? So, ich dachte, was ist jetzt das Prozedere? Man denke darüber nicht nach und ich dachte irgendwie, im allerersten Augenblick war mein Gefühl so, bitte, ich kann es nicht ertragen zu wissen, dass sie nicht lebt. Ich kann sie keine Stunde, ich kann mir nicht mal vorstellen, die nächste Stunde zu denken und das zu überleben, wie soll ich das denn schaffen, tagelang auf eine Geburt zu warten von meinem toten Kind und die Ärztin war oder das ganze Personal auch im Nachhinein, also die haben uns, die haben unsere Psyche ganz stark geschützt dadurch, dass sie uns dadurch begleitet haben, dass sie mir auch erklärt hat, der beste Weg für die Psyche ist die natürliche Geburt. Ich kann mir ohnehin keinen Kaiserschnitt wünschen, allgemein kann man sich in Deutschland keine Operationen wünschen, es muss einen wirklichen Anlass geben. Hätte ich ihn gehabt, ja, man hat aber festgestellt, dass die Frauen, die einen Kaiserschnitt nach einem plötzlichen Kindstod im Mutterleib erlebt haben, dass die nicht gut damit, also dass sie nicht mehr gut zurückfinden, weil auf einmal ist die Schwangerschaft beendet, das Kind wird sozusagen rausgeschnitten und zack, das ist zu schnell. Ja und auch so, also es ist ja auch diese Tatsache, dass einfach Trauma sich auch im Körper festsetzt und dass unser Körper natürlich auch massiv für Gefühle zuständig ist und wenn man da wortwörtlich einfach so einen Einschnitt macht, dann reißt man diese Gefühle da raus, ohne mit denen eben umgegangen zu sein und ohne wirklich, dass dieses System intakt ist und eben durch Trauer auch Heilung zu erfahren. Genau, also es darf nicht, es darf einfach nicht zu schnell gehen und es war auch so, dass mein Muttermund total unreif war. Ich hätte noch bestimmt bis zur Geburt, hätten noch ein, zwei Wochen vergehen können. Sie hatte es nicht eilig, rauszukommen und im Endeffekt haben wir ganze drei Tage gewartet und am vierten Tag abends wurden die Wehen regelmäßig und in dem Zeitraum haben Tronje und ich, so heißt mein Partner, wirklich viel zusammen geschafft, psychisch, weil wir sind wie so zu einer Symbiose geworden und das war glaube ich auch unser Glück. Viele Pärchen gibt es da, die dann genau in dem Zeitpunkt auseinander gehen, Schuldvorwürfe, wie auch immer und wir wussten beide, dass keiner schuld ist. Wir haben, wir sind wie so eine Person geworden, das war total abgefahren und Das sagt man ja auch immer, dass solche Schicksalsschläge entweder entzweien oder noch stärker zusammenbringen. Ja, total. Und deswegen umso schön, dass es bei euch eben Letzteres war und dass es euch zusammengeschweißt hat. Total, das hat auch alle Hebammen, alle Schwestern und so weiter, alle Ärztinnen und Leute irgendwie sehr, sehr gefreut, das zu sehen, dass wir zusammenhalten. In vielen Kulturen sind das ja auch die ersten drei Tage, in denen ein Mensch verstirbt, in denen man die Person auch dort lässt. Und es war wirklich für mich so, der dritte Tag war fast zu Ende nachmittags irgendwann und ich bin, ich weiß es noch, ich stand, ich saß da auf dem Bett oder wo auch immer und wusste, sie ist jetzt gegangen. Also die Seele war für mich weg und da konnte ich mich dann anfangen, auf die Geburt vorzubereiten, habe wieder angefangen zu essen, um stark zu sein, habe versucht zu schlafen. Am nächsten Abend ging es dann los. So eine Einleitung knallt schon, irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt. Und in der Geburt war das zumindest von Anfang an klar, dass ich eine PDA bekommen werde, sobald es losgeht, weil eben eine eingeleitete Geburt mitunter schon schon heftigere Wehen hervorrufen kann. Das liegt primär einfach daran, dass der Körper, wenn der Wehen selbst erzeugt, durch Oxytocin-Venen erzeugt und dass, wenn dein eigener Körper sie erzeugt, dass dieses Hormon im Kopf auslöst irgendwie, dass du den Schmerz auch besser, also dass da Pausen entstehen auch und du kannst den besser verarbeiten, wenn das natürlich passiert. Bei einer Einleitung ist das so ein bisschen weg, also es wird halt provoziert und dann schauen wir mal, was passiert im Endeffekt. Also dann geht es los und dann ist es auch oft so, dass die dann nacheinander ohne Pause sind. Und wir kamen in den Kreißsaal und als ich schon wirklich stark am Kämpfen war, also als die regelmäßig waren und auch nicht mehr wegzuatmen, nicht mehr wegzulabern und da habe ich dann unseren weiteren Engel, die Hebamme, die Cleo mit mir zusammen auf die Welt gebracht, das kennengelernt. und diese Frau ist einfach eine Lebensrettung gewesen auf sehr vielen Ebenen, eine sehr, sehr erfahrene Hebamme, 40 Jahre im Beruf. Die hat uns die schönste Geburt mit unter allem möglich, die ich mir vorstellen konnte. Also ich fand, dass abends ging es los und am Morgen um kurz vor fünf oder kurz vor sechs kam Cleo auf die Welt und dazwischen war einfach was Crazy. Es waren einfach so eine, wir haben uns viel unterhalten, haben viel über Cleo gesprochen, haben Gummibärchen gegessen, Wasser getrunken, halt alles, wie ich es mir gar nicht vorgestellt habe. Ich dachte halt, Geburt ist, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Die PDA haben sie sehr schnell gesetzt. Wir haben, wie gesagt, sehr viele Stunden dann auch Zeit gehabt, weil das das ja auch ein bisschen auch aufhalten kann und es war so eine Mischung aus Wehen und Reden und wie gesagt, über banale Dinge, aber auch über, ja, über das, was gerade passiert und ich weiß auch von ihr, dass die Kleine schon früh gekommen wäre, aber ich konnte sie nicht loslassen, als sie kommen konnte und dann habe ich das noch ausgenutzt für mich, dass ich die Kontrolle darüber irgendwie habe. Also es ist, war schön. Ich hatte auch einen wahnsinnig starken so spirituellen Moment, als ich dachte, ich kann nicht mehr. War das auch eine Art und Weise für dich nochmal, dich auf spirituelle Art und Weise und energetische Art und Weise zu verabschieden von ihr, durch dieses Reden auch über sie und da auch bewusst so einen Moment zu setzen und zu sagen, so okay, sie ist jetzt nicht mehr da. Ich war vielmehr damit beschäftigt, wie wahnsinnig herausfordernd die körperliche Situation war, weil sie war ein sehr großes Kind und eigentlich ist es so, dass die Kinder mithelfen bei der Geburt, die drehen sich ja mit, die helfen der Mutter sehr viel und wir mussten halt so viel intervenieren, dass dieses sehr große, sehr schwere Kind nur durch meine Wehen aus diesem Geburtskanal gedrückt wird, ohne sich nochmal zu drehen, ohne Hilfe. Die Hebamme hat unglaubliche Arbeit geleistet und ich muss aber auch sagen, für mich war das schon so, dass ich in diesem Geburtsfilm war und ich auch darüber nachgedacht habe, was jetzt gleich passiert und das war dann auch das Thema, dass ich sie nicht loslassen konnte, weil ich wusste, wenn sie jetzt kommt, dann muss ich sehen, dass sie nicht lebt. Weil ein Teil in mir schon noch gehofft hatte, ja okay, haben die einfach verkackt, haben die nicht gesehen, die atmet gleich, wenn sie kommt und ich wusste aber, dass ich mir diese Illusion gleich nehmen werde und ich dachte, ich kann es nicht und das hat die Hebamme respektiert und hat gesagt, okay, dann warten wir noch und ich konnte das dann auch mitunter so nicht steuern, aber ich konnte es noch ein bisschen aufhalten und irgendwann meinte sie so, Anna, sie kommt jetzt und dann das war für mich der spirituelle Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt passiert das Schlimmste, wovor ich am meisten Angst habe, aber das wird kein anderer für mich tun und gleichzeitig war ich in dem Moment sehr verzweifelt und hatte wie so ein so ein das Gefühl, dass mich jemand anschiebt und ich war auch sehr verwirrt, weil ich echt das Gefühl hatte, dass mich jemand anfasst und als ich auf die Seite geguckt habe, war stand da niemand, ich wusste, dass das, ich wusste, dass meine Eltern an mich denken, ich wusste, dass meine Familie alle in Gedanken bei uns sind und es war, als hätte ich ihre Kraft, als hätte ich ihre Gedanken, als hätte ich die Liebe und all das, was sie uns, mit dem wir verbunden sind auf dieser Welt, als hätte das mir doch den letzten Schub gegeben und ich konnte, konnte sie gewähren und das war mitunter das erleichterndste Gefühl, was ich jemals empfunden habe und ich habe danach, also als sie raus war, habe ich einfach immer wieder gesagt, ich habe es geschafft, immer, immer wieder, ich habe es geschafft, ich habe geweint vor Erleichterung, dass ich es geschafft habe, sie auf die Welt zu bringen und dann kam der Moment, wo ich sie sehen sollte und ich habe erst mich weggedreht, ich kann es nicht und dann habe ich auch schon gesehen, die Hebamme hat auch geweint und mein Partner war als erst, also ich habe ihn gebeten, dass er sie zuerst in den Arm nimmt, weil ich noch nicht klar gekommen bin mit der Situation und ich sah sie da, wie sie da lag und ja, für mich war es in dem Moment eigentlich egal, ob sie lebt weil ich konnte nicht fassen, dass ich das geschafft habe, dass ich diesen Menschen erzeugt habe und wie sie aussah und ähm ich weiß noch, wie die Hebamme meinte, oh ist sie hübsch und ich konnte das überhaupt nicht bewerten, zum einen war es das erste Kind, was ich so frisch nach der Geburt gesehen habe und zum anderen konnte ich nicht verstehen, dass sie, dass der Körper ist zu meinem Kind, weil eine Sache kann man ganz klar sagen, sie war nicht mehr da und die Prozesse finden nicht so statt, wie wenn man in der frischen Luft ist, aber es finden durchaus Prozesse im Bauch schon statt, die einem schon relativ deutlich zeigen, dass das Kind nicht lebt, wenn man es anfasst, wir mussten wahnsinnig vorsichtig mit ihr sein, sie hatte auch Geburtsverletzungen am Kopf und so und sie war dadurch, dass keine Spannung in diesem Körper war wahnsinnig schwer, es war wie so ein, ja es war schwer es zu beschreiben und sie zu halten, es war wie so ein, ja Wassersack oder so, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber hast du sie dann auch in den Arm genommen und gehalten? Ja, ich habe ein paar Minuten gebraucht, ich habe gebraucht, dass Tronja die erste kurz übernimmt, die ersten paar Minuten und er war auch wahnsinnig überfordert, aber ich konnte sie dann erstmal kurz aus der Ferne in Anführungsstrichen sehen, bis ich mich getraut habe, sie auch auf den Arm zu nehmen, ich hatte Angst, dass ich sie kaputt mache oder irgendwie so, weil ja, es ist halt wie gesagt, die Haut und so weiter, die löst sich dann und solche Dinge und ja und dann habe ich mir alles an ihr angeschaut, jeden Zeh einmal, die Hebamme hat auch mir geholfen, diese Angst vor diesem Körper so ein bisschen zu verlieren und habe dann alle Zehen gezählt, alle Finger und konnte es halt einfach nicht glauben, wir haben eine Mütze bekommen für den Kopf damit, dass alles stabiler ist und konnten halt sie uns anschauen und dann wurden wir auch in Ruhe gelassen, sehr lange, die Hebamme hat Feierabend gemacht und die Hebamme, die den Tod festgestellt hat, hatte zufällig auch noch Dienst diese Nacht. Ich meine, das muss man sich auch vorstellen, ich habe während ich diese Geburt gemacht, habe alle anderen Frauen mit lebenden Kindern gehört, weil es gibt keinen extra Kreis, Seifelsternmütte, klar nicht und das hat mir auch sehr viel Kraft gegeben, dass wir alle zusammen rumgeschrien haben und uns irgendwie, ich hatte so eine Verbundenheit zu diesen Frauen gespürt und eben diese Hebamme kam morgens nochmal rein und ich habe bis heute noch Kontakt zu allen Hebammen, die uns geholfen haben und sie hat mir auch im Nachhinein erzählt, dass sie in diesen Raum kam, in diesem Kreißsaal und wir haben Cleo in so ein Körbchen getan und sie war so groß, dass sie nicht in dieses kleine Körbchen gepasst hat und dann haben wir sie so wie so versucht da reinzulegen und der Tag ging los und Ronny und ich sind auf dem Bett, wo ich sie geboren habe, eingeschlafen und sie lag zwischen uns in diesem Korb und als die Hebamme reinkam, meinte sie, das war so ein friedliches Bild und wir waren so im Frieden und wir waren auch total erschöpft und gleichzeitig weiß ich noch, dass ich aufgewacht bin und mich daran erinnern musste, was gerade passiert ist und dass das meine Tochter ist und dass das auch Realität ist. Ja, ich hatte das, also Ronny erzählt immer, er wusste, dass es stimmt, als er sie gesehen hat. Für mich war es, wie gesagt, die ersten Augenblicke egal. Ich war so stolz auf mich und auf uns und auf dieses Mädchen. Aber da ist man eh so im Überlebensmodus. Ab dem Moment war noch, also davor war schon Überlebensmodus, aber ab dem Moment wusste ich, Schritt für Schritt geht es jetzt in diese Welt, die sich weiter dreht. Wie war das dann, wie viel Zeit konntet ihr mit Cleo verbringen und wie war dann der Moment für dich, als du quasi aus diesem Krankenhauskonstrukt, ich sag jetzt einfach mal, ins reale Leben wieder eintreten musstest und nach Hause kommen musstest? Wir hatten das Glück, dass Cleo im Sankt Josef hier in Berlin geboren wurde und die sind wirklich toll gewesen. Wir durften, also dadurch, dass es das geburtstärkste Krankenhaus in Deutschland ist, die kennen diese Fälle und die sind wahnsinnig sensibel gewesen. Und wir hätten sie auch mit aufs Zimmer nehmen dürfen. Wir hätten noch tagelang sie immer wieder besuchen dürfen. Aber wir hatten das Gefühl, wir wollten ihren Körper davor schützen. Wir wollten sie jetzt nicht so rein, raus, rein, raus. Wir haben uns dazu entschlossen, nach den ersten Stunden nach der Geburt, habe ich irgendwann, ich war so fertig und er auch und wir waren so, wir müssen schlafen. Und dann waren die, die Hebamme, dann bringe ich sie jetzt in den Kühlschrank. Und das war, ja, aber wohin denn sonst? Und deswegen wollte ich sie auch nicht mit ins Zimmer, weil ich einen Teil in mir damit dachte, auf dieser realen Ebene, dachte, es ist Hochsommer. Ich kann diese Leiche nicht mitnehmen. Mal abgesehen davon, dass ich es weird gefunden hätte auf einer Geburtsstation, wo, ich meine, wir haben ja, die haben uns das ermöglicht, dass wir am anderen Ende der Geburtsstation unser Zimmer hatten. Aber ich habe ja alle Neugeborenen gesehen und gehört und alles. Gehört vor allem auch, ja. Und ich hatte, auch sie hätten sie uns hochgebracht, aber ich wollte nicht mit einem toten Baby da rumfahren. Ich kenne Sternenmütter, die das gemacht haben, die ihre Kinder noch sehr, sehr lange besucht haben. Aber für uns war das kein Thema, genauso wie wenig, wir das wollten, dass sie obduziert wird oder so. Und wir wollten eigentlich, dass sie nur Ruhe findet. Und der Prozess ist halt eh so ein langer. Mit Leichen allgemein, sag ich jetzt mal, bis das irgendwie alles bürokratisch hier gemacht ist und so. Und im Endeffekt war es dann so, dass wir ins Zimmer gegangen sind und dann nachmittags noch mal gesagt haben, wir wollen jetzt runter. Und dann hat die andere Hebamme, die wir dann kennengelernt haben, hat uns einen Kreißsaal vorbereitet. Sie hat Kerzen aufgestellt, sie hat Cleo aus der Kühlung geholt und wir hatten einen Sternfotografen uns gewünscht. Der kam dann auch und hat Fotos gemacht und der war so total, der war irgendwie voll hart drauf, keine Ahnung, wir waren so voll vorsichtig und dann haben wir sie bewegt und dann lief Blut aus der Nase und ich war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und er war so, ach, das macht doch nichts, hat dann so reingegriffen und das so gemacht. Und im ersten Moment fand ich es mega übergriffig und dann habe ich aber gemerkt, dass genau die Art mir die Angst genommen hat vor meiner eigenen Tochter. Und ja, man sieht, also ein wenige Stunden später hat der Prozess ja schon angefangen. Babys verwesen nicht so schnell wie wir, weil die noch so rein sind. Das Fruchtwasser hat auch, das ist alles sauber. Ich habe sie mir nochmal angeschaut, wir haben über sie geweint, um sie geweint. Wir haben ihr nochmal ein paar Küsse gegeben oder wie auch immer und dann haben wir uns verabschiedet und für das Erste und sind ins Zimmer hochgegangen und sind, glaube ich, zwei Tage später oder ein, ich weiß es nicht, zwei Tage wahrscheinlich. Später sind wir dann, konnten wir gehen und ja, und dann sind wir aus der Geburtsstation gegangen ohne den Maxi-Cosi und mein Bruder hat mich abgeholt. Der war mittlerweile nach Berlin gekommen mit dem Auto, hat uns abgeholt und ich kann mich noch erinnern, wie ich das Gefühl hatte, das kann es nicht sein. Ich kann doch jetzt nicht, was bin ich denn für eine Mutter? Ich kann doch jetzt nicht ohne mein Kind, ich kann es doch nicht hier lassen. Das war sau schwer, in dieses Auto zu steigen. Hast du das Gefühl gehabt, dass du in dem Moment, also kam dieses Gefühl von Versagen wieder auf? Ich glaube, es ist eine Mischung. Es ist einfach unnatürlich. Wir waren ja schon Eltern geworden. Wir waren ja auch schon Eltern während der Schwangerschaft. Der Moment, der, sage ich mal, Fremdbestimmung beginnt mit dem Schwangerschaftstest. Du isst nicht mehr das, was du vorher gegessen hast. Du trinkst gewisse Substanzen nicht oder allgemein nimmst du gewisse Substanzen nicht so in deinen Körper rein oder deutlich weniger oder wie auch immer. Also ich rede bei deutlich weniger von Kaffee, nicht von Alkohol oder sowas. Und im Endeffekt, ja, man ist ja die ganze Zeit Mama und Papa und wir haben uns darauf vorbereitet. Wir waren auch im Kopf schon Eltern und wir haben die Geburt zusammen erlebt. Wir haben unser Kind gesehen, wir haben es in den Armen gehalten, nur wir durften es nicht mitnehmen. Wie waren die ersten Wochen, als ihr wieder nach Hause gekommen seid? War das eine Zeit, in der ihr euch total isoliert habt und abgeschottet habt? War es eine Zeit, in der man überhaupt ansatzweise irgendwie funktionsfähig ist? Einkaufen gehen, Essen einkaufen gehen oder ist es wirklich was, wo man sich eigentlich so ein bisschen abriegelt und zu Hause bleibt? Ich glaube, dass man überlebt. Also wenn man mich auch fragt, ob man das überlebt allgemein, dann würde ich sogar so weit gehen, dass zu sagen, das überlebt man nicht. Weil die Person, die du warst, bevor das Kind gestorben ist, wirst du nicht mehr. Oder du lässt sie dort, weil du bist ja in der Essenz immer noch du, aber nie wieder die gleiche Person. Und das auch zum Thema die Außenwelt und so. Ich habe es nicht ertragen. Ich konnte mir nicht mehr vorstellen, dass ich nochmal lachen kann, wirklich aus Überzeugung. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich rausgehen kann und das aushalte, wenn ich sehe, dass Eltern genervt von ihren Kindern sind oder so. Ich konnte mir ganz, ganz viel nicht vorstellen. Ich super merkte, alles, was mit Menschen zu tun hatte, war erstmal total Überforderung. Ich glaube, ohne Tronje hätte ich wahrscheinlich gar nichts gegessen, war ich nicht in der Lage. Also ich persönlich, mein Wochenbett ist dasselbe. Ich habe eine Tablette genommen, damit ich keinen Milchanschluss bekomme. Ich hatte ihn trotzdem. Also ich habe eigentlich alles mitgenommen, muss man dann so sagen. Ich hatte trotzdem Milchanschluss. Und jedes Mal, wenn das Neugeborene von gegenüber geweint hat, haben meine Brüste wehgetan. Und ich habe geblutet, wie jede Frau, die ein Kind bekommen hat. Ich habe wochenlang mein Wochenbett gehabt. Ich hatte leider, die Hebamme, die mich zu dem Zeitpunkt zur Schwangerschaft schon betreut hat, war nicht so eine, nicht das, was ich gebraucht habe, sage ich jetzt mal ganz fair. Ja, die war, viele wollten, sie und auch andere Menschen waren damit beschäftigt, sich von uns trösten zu lassen. Oh wow. Also das wird auch, also das ist auch ein Thema in der Trauer. Viele wollen wissen, was passiert ist und am Ende sitzt du da und tröstest sie, weil sie es nicht aushalten oder weil es so traurig ist oder ich weiß nicht. Also ja, es ist nicht leicht. Es ist einfach wirklich ein Überleben und zum Thema dann Smartphones und so weiter. Ich war froh. Ich habe teilweise stundenlang einfach nur so gemacht und gescrollt und gescrollt. Ich habe mir nichts angeschaut. Aber nicht dadurch betäubt. Total betäubt. Ich hatte eine Regel erst ab 20 Uhr Fernsehen. Das war mir irgendwie wichtig, dass ich den Tag nicht nur irgendwie mich ablenke, aber ich habe auch, ich weiß nicht, wir haben uns dazu gezwungen, einmal am Tag spazieren zu gehen. Wir haben uns dazu gezwungen, auch einmal am Tag zu essen. Wir haben uns dazu gezwungen, überhaupt am Leben teilzunehmen. Gleichzeitig darf Trauer auch bedeuten, dass man lacht, dass man nicht nur, weil viele erwarten dann auch von einem, dass man nur am Weinen ist. Und man ist ja trotzdem noch ein Mensch mit anderen Gefühlen außer Weinen. Es würde mir kein Mensch aushalten, nur zu weinen die ganze Zeit. Und außerdem muss man ja auch sagen, es ist ja was Positives und was Schönes, wenn jemand, der gerade trauert, einen kurzen Moment findet, auch wenn es nur fünf Sekunden sind, in denen man einmal kurz lachen kann. Genau. Und das macht ja die Trauer nicht weniger trauernd. Genau. Und viele Menschen in unserem Umfeld oder allgemein habe ich die Erfahrung gemacht, waren total verwundert, wenn wir gelacht haben oder wussten gar nichts damit anzufangen oder was. Es war halt einfach so, wir wurden so behandelt wie so und das Gefühl habe ich bis heute teilweise noch, dass wie so aus Angst, irgendwas falsch zu machen, besser gar keinen Kontakt, besser gar nicht erst anfangen. Und man wird so leicht isoliert als trauernder Mensch. Entweder, weil die Menschen um einen herum oder gewisse Leute einfach diese Stimmung oder dieses Gefühl selbst nicht tragen oder halten können oder sich davon distanzieren können, wird man einfach wahnsinnig stark isoliert und ausgeschlossen oder weil es einfach unangenehm ist. Ich meine, ich war ein paar Monate später, drei Monate später oder so, war irgendwas, ich weiß nicht, wir waren irgendwo und es ging darum, wir wurden eingeladen zu einer Party oder so und ich habe dann auch zu dem, kommt doch vorbei und so und ich meinte so, guck mal, wenn mich jemand fragt, wie es ja oft auf so Veranstaltungen ist, wie geht es dir? Wo kommst du her? Was hast du eigentlich gemacht? Abgesehen davon, von warst du nicht schwanger und etc. Ich kann nur die Stimmung versauen, weil ich kann nicht lügen in dem, ich wollte nicht so tun, als hätte es sie nicht gegeben und ich war einfach nur, und dann sage ich, ja, mein Kind ist gestorben, ich war zu Hause, ja. Wer von deinen, oder was haben deine Freunde und Familie gut gemacht, was euch richtig geholfen hat? Ich kann immer wirklich mit so einer Dankbarkeit und einem Lächeln an eine Freundin denken, die damals eher noch eine Bekannte war und die davon erfahren hat und die zugeben konnte, dass sie nicht weiß, was sie sagen soll und die dann meinte, weißt du Anna, immer wenn ich traurig bin, schaue ich mir Tiervideos an. Ich schicke dir jetzt einfach ein paar Tiervideos, vielleicht hilft es dir. Und das war so schön, das war auf so eine schöne, erleichternde Art, so eine kindliche Herangehensweise, so das hilft mir, vielleicht hilft es dir auch. Und seit jeher schickt sie mir jeden Tag Memes oder Tiervideos und das hat mir krass geholfen, weil das war so simpel. So simpel, aber auch so ehrlich. Ja, es war ehrlich. Also es war einfach sehr authentisch, das zu sagen, was auch die andere das Gegenüber fühlt und zwar auch Hoffnungslosigkeit oder beziehungsweise man weiß nicht, wie man richtig reagieren soll und das ist auch okay, das zu sagen. Ja, voll. Weil viele können nicht so ehrlich sein, viele kommen mit Ratschlägen oder das wird schon seinen Grund haben und da kann man, also ich konnte nur wütend werden. Ja, ich glaube auch Ratschläge zu verteilen, finde ich sowieso generell schwierig, wenn man selber nicht das Gleiche erlebt hat. Also wie soll man sich da reinfühlen in so etwas, was ja offensichtlich so eine Ausnahmesituation ist und so ein Schicksalsschlag. Also was will man da von Rat geben? Ja, und ich glaube, das ist halt einfach nur ein Coping-Mechanismus, um selbst mit der Situation klarzukommen. Und ich bin da auch niemandem böse, aber es waren einfach wirklich, also unsere Trauerberaterin hat es Billigtrost genannt. Unter anderem, es gibt Billigtrost im Sinne von XY ist das auch passiert. Oder melde dich, wenn du was brauchst. Kommt alles aus einem guten Ort irgendwie, um zu versuchen irgendwie oder ich habe wirklich viele Nachrichten bekommen, als ich irgendwann in die Öffentlichkeit damit gegangen bin mit Anna, ich kann dich irgendwie verstehen, weil mein bester Freund hatte Krebs. Und ich war so, da war so alles dran falsch irgendwie, dass ich gar nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Viele, viele Nachrichten kamen so und ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, dass wir als Gesellschaft hier gerade in Westeuropa überhaupt nicht mit dem Tod konfrontiert sind, dass wir nichts darüber wissen, dass wir auch nicht in der Gesellschaft leben, die das nicht aushalten kann, auch zu sagen, ich weiß es nicht, habe ich eine Meinung dazu? Ich habe vielleicht keine Meinung dazu. Oder sich zu trauen, zu fragen, weil wenn du dich traust, jemanden zu fragen, was kann ich für dich tun? Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Da kann ich dich fragen. Das sind ja so Kleinigkeiten auch, die ich auch lernen durfte. Eben auch dann nicht zu fragen, hey, wenn du was brauchst, melde dich, weil da ist auch schon wieder dann quasi das Spielball bei der trauenden Person, sondern ganz sehr direkt zu fragen, was kann ich dir eben Gutes tun? Was kann ich für dich einkaufen? Was kann ich für dich erledigen? Oder also wirklich so eine klare Fragestellung zu geben, damit eben die trauende Person sehr klar definieren kann, hey, das ist das, was ich jetzt gerade brauche. Und nicht diese Hürde wieder zu haben, so melde dich, wenn du irgendwas brauchst. Ich meine aber, was die Sache auch schwierig macht, ist ein totes Baby, weil es nicht so, das soll nicht so sein, die Eltern sollten ihre Kinder nicht überleben. Und ich glaube, dass das auch nochmal ein Thema ist, ein totes Kind, ein totes Baby sich vorzustellen oder einfach, das ist unnatürlich auf eine Art für uns. Und dass da die Hürde auch noch anders ist. Gleichzeitig gibt es definitiv Sachen, die man falsch machen kann, wie tatsächlich Frauen, Mütter zu mir kamen und mich als erstes fragten, ob ich schuld sei. Was? Sowas ist oft passiert. Was ist passiert? Bist du schuld? Konntest du was anders machen? Das hat nicht wirklich jemand zu dir gesagt. Doch, doch. Doch, doch. Das ist ja absolut falsch auf so vielen Ebenen. Ist es, aber das zeigt mir ja nur, wie weit die Person in ihrem eigenen Bewusstsein auch überhaupt stattfindet. Aber gleichzeitig ist das ja auch, das war auch ein ganz großes Thema. Antworten finden, Antworten suchen. Diese Frau hat in dem Moment einfach versucht, sich zu erklären, was passiert ist, auf einem völlig falschen Weg. Aber gleichzeitig gibt es für Kleos Tod keine Antwort. Das ist, die Ärzte meinte damals, tausend und keine Antwort. Du kannst es nicht wissen. Wir hätten es nicht. Die meisten, sie meinte, 98 Prozent der Mütter erfahren nie, warum ihr Kind gestorben ist. Weil es einfach, es gibt keinen Grund. Mir hat das geholfen. Viele werden darüber verrückt. Ich fand es sehr befreiend. Was die Antwort brauchen. Ja. Und eine Antwort bedeutet ja, nur Verantwortung wegzuschieben. Eine Antwort würde ja, eine Verantwortung jemandem zu geben, zu sagen, XY ist schuld, weil der Arzt mich nicht kontrolliert hat. Der ist schuld daran, dass wir das nicht gecheckt haben. Und dann kann man wütend sein. Aber Wut hat mich nur gehindert. Es war nichts, womit ich leben wollte. Ich wollte nicht verbittert werden. Ja, weil Wut ja auch oft ein Gefühl ist, was diesen eigentlichen Heilungsprozess auch hindert oder anders in andere Richtungen gleitet. Solange man wütend auf jemanden sein kann, muss man gar nicht anfangen, bei sich selber Heilung zu finden und Heilung zu suchen. Zum einen das. Und zum anderen kann es auch ein schöner Antrieb sein, wenn man es als gesunde Wut wahrnimmt. Aber gleichzeitig, also es kann so, für mich gab es so eine, die Wut, die ich empfunden habe, war später dann über das System. Aber im ersten Moment war die Wut, die ich empfunden habe, einfach mein größter Antrieb. Ich habe spätestens, als wir beispielsweise, als wir sie eingeäschert haben und dabei waren und ich sah, wie dieser kleine Sarg in das Feuer fährt, da dachte ich, das ist der Moment. Ich habe es bis jetzt irgendwie hinbekommen, sechs Wochen nach der Geburt. Das ist der Moment. Dieses Bild schaffe ich nicht. Ich dachte, ich fall tot um, weil das halte ich nicht aus. Ich dachte, ich werde vielleicht verrückt oder keine Ahnung. Und dann habe ich die Augen zugemacht und habe im Endeffekt, ich kann mich erinnern, wie ich fast darauf gewartet habe, daran jetzt zu sterben, dass ich das sehen musste, weil ich wäre am liebsten hinterhergesprungen. Aber nicht aus Suizidgründen, sondern vielmehr aus dem, ich kann auch meine Tochter da nicht reinfahren lassen, das ist nicht richtig. Und als ich dann die Augen wieder aufgemacht habe und gemerkt habe, ja, ich bin noch da und dann noch eine Nacht drüber geschlafen habe und am nächsten Tag wieder aufgewacht bin und mir gedacht habe, ja, ich muss jetzt damit leben. Und da wurde ich wütend. Ich war so wütend, dass ich damit leben muss. Warum muss ich diese Last tragen? Ich war auch in der Folgeschwangerschaft oft wütend, dass ich das ertragen muss. Aber diese Wut hat auch durchaus was Gesundes und Positives in mir, weil ich sie gefühlt habe. Ich habe sie gefühlt, ich habe sie wahrgenommen, ich war wütend und glaub mal nicht, wir hätten uns nicht gestritten. Das war krass, was wir da auch in der Beziehung erlebt haben. Was das mit dir und deinem Partner gemacht hat, weil das eine ist ja der Moment oder die Tage noch in dem Krankenhaus, aber später eben auch diese ganze Coping, die ganze Coping-Zeit danach durch Trauer, durch, wie du auch gerade erzählt hast, wo man sich dann auch mit seinem Umfeld auseinandersetzen muss, mit absolut unmöglichen Sachen, die euch gesagt wurden, mit Einladungen zu Partys, auf die man immer wieder gucken muss, will ich da hingehen, will ich da nicht hingehen. Also da passelt ja so viel auf einen ein. Wie habt ihr das als Paar gemeinsam gemanagt? Ich unterbreche hier sehr gerne einmal für unseren Werbepartner und zwar Tamaris. Tamaris sponsert nämlich die komplette erste Staffel von Talk the Walk und das ist etwas ganz Besonderes, denn heutzutage wird viel mehr Empowerment zwar auf jede Kampagne geschrieben bei den meisten Brands und Unternehmen, die wenigsten leben das aber und supporten solche Projekte wie dieses, bei denen auch unbekannte Frauen eine Stimme finden. Ich kann euch nur ans Herz legen, einmal bei Tamaris vorbeizuschauen, denn sie haben eine riesige Auswahl an wundervollen Produkten, von Accessoires über Schuhen, aber auch Kleidung, die wirklich zu jedem anders passen. Und wenn ihr bis zum Ende dabei bleibt, bekommt ihr auch noch ein kleines Goodie, das euch hoffentlich eine Freude bereitet. Jetzt geht es aber weiter mit der Geschichte von Anna. Mal mehr, mal weniger gut. Mein Partner hat auch getrauert. Der hat seinem Vater, seinen hinterher getrauert, seiner Tochter hinterher getrauert und jeder Mensch trauert anders. Manchmal waren wir nie gleichzeitig am selben Level. Und bei mir kam der körperliche Aspekt noch stark hinzu. Also der Heilungsprozess körperlich, psychisch, ich hatte eine posttraumatische Belastungsstörung erlitten. Das war hart für ihn. Das zu halten, während man selbst schwach ist, super schwierig, seine Partnerin auch so zu sehen. Er hat wahnsinnig darunter gelitten, dass ich das alles schaffen musste, dass er mir nichts abnehmen konnte. Er konnte nur dabei sein. Und das ist extrem schwer. Extrem schwer. Und besonders, wenn man das natürlich auch geprägt ist, irgendwie zu beschützen, irgendwie auf eine Art, das war schon stark immer bei ihm ausgeprägt und das nicht zu können und einfach nur auf eine andere Art Raum zu geben und zu schützen. Ja, ich glaube, das unterschätzt man auch immer, was es eben dann auch mit dem Umfeld macht oder eben auch mit den Partnern, was das mit denen eben auch macht, so hilflos zu sein und zu verstehen, dass die Person, die man über alles liebt, gerade so unfassbar leidet und man selber kann nicht viel tun, um da eben zu helfen. Auch bei einer gesunden, endenden Schwangerschaft, genau das gleiche Thema. Jede Geburt war krass für ihn, sage ich jetzt mal. Und auch einfach, ja, wie man halt Männer, die Männer vergisst man oder die Partnerin, je nachdem. Man vergisst die Person, die nicht schwanger war, weil der ganze Fokus auf der Person lag, die das, ja auch zu Recht, aber gleichzeitig auch nicht zu Recht, weil er hat auch sein totes Kind in der Hand gehabt und er hat auch gelitten oder er leidet darunter bis heute. ihn gibt es auch, aber die Gesellschaft hat auch, also ich meine, das System hat in dem Sinne eh versagt, dazu komme ich gleich, aber gleichzeitig ist es auch tatsächlich so, wenn ich etwas festgestellt habe, auch mit den Psychologinnen und so weiter, dass die Partner anders trauern als die Frau des Passiertes. Wird man überhaupt unterstützt als Paar in so einer Phase? Wir hatten eine Krankenhauspsychologin, die uns ein paar private Initiativen herausgesucht hatte, die sich entweder Sternkindervereine oder halt eben Trauervereine, wo sich die privat sind, also nicht staatlich, wo dann Menschen auf freiwilliger Basis Trauerbegleitung machen, also auch unbezahlt. Darüber haben wir eine Trauerbegleitung bekommen. Ansonsten ist es in Deutschland so, wenn dein Kind nicht lebt, hast du kein Anrecht auf Sozialleistungen für das Kind. Kein lebendes Kind, kein Elterngeld. Und selbst wenn sie einmal geatmet hätte an dem einen Tag, hätten wir nur einen Monat Elterngeld bekommen, was ich auch nicht bekommen habe, weil wir beide selbstständig waren. Ach so, okay. Das heißt, ihr seid in dieser Trauerphase, musstet ihr auch noch um Existenz bangen? Absolut. Der Tod ist teuer, so eine Bestattung geht in ein paar tausend Euro. Wir mussten zum Beispiel auch dafür zahlen, dass wir sie noch mal sehen und in ein anderes Tuch wickeln konnten. Der Besuch alleine, unsere Tochter in den Lagerhallen zu besuchen, hat uns schon für 30 Minuten 250 Euro gekostet zum Beispiel. Bis zur Bestattung hin waren es ein paar tausend Euro, bis die jetzt einfach so dazu kamen, damit war mein Erspartes auch weg. Und wir haben von Freunden eine Initiative bekommen, die haben Geld gesammelt, um uns da zu unterstützen. Das hat geholfen. Aber von staatlicher Seite bist du da, Stand jetzt, wirklich im Stich gelassen. Oder Stand damals. Ich weiß nicht, ob sich irgendwas geändert hat. Ich befürchte nicht. Ich weiß, dass für den Mutterschutz gekämpft wird. Auch für Frauen, die ihre Kinder verloren haben. Aber nein, ich habe gar nichts bekommen. Ich habe tatsächlich fünf Wochen, also noch mitten im Wochenbett nach der Geburt, habe ich mein erstes Jobinterview geführt. Okay, wow. Für eine Stelle im Einzelhandel, weil ich nicht in der Lage war, meine, ich bin Malerin eigentlich und ich war nicht in der Lage, wieder Werbung für mich zu machen und nach draußen zu gehen. Und es war einfacher für mich, schnelles Geld so zu verdienen. Ich habe acht Wochen nach der Geburt in einem Laden gestanden, wo regelmäßig Schwangere und Frauen mit kleinen Babys reingekommen sind. Und das war, glaube ich, die krasseste Konfrontationstherapie, die ich hatte. Ich hatte zum Glück Kollegen, die mir geholfen haben, wenn ein besonders kleines Kind oder wenn es einfach mal eine Phase war, wo ich einfach gesagt habe, ich halte es gerade nicht so gut aus, dass ich ihnen Zeichen geben konnte, dass die dann die Frau bedient haben. Weil man hat mir ja nicht angesehen. Das ist ja das Thema unsichtbare Eltern. Du gehst die Straße entlang und du nickst Müttern zu und die verstehen nicht, warum du denen zunickst. Aber ich weiß, ich habe vor wenigen Wochen ein Kind bekommen, du meinst es nicht hier. Ich weiß, wie du dich vielleicht fühlst, körperlich oder keine Ahnung oder so. Und das ist ja auch das, was ich einfach so wichtig finde, immer und immer wieder zu erwähnen, dass wir von außen nicht wissen können, was bei Menschen passiert und was gerade abgeht und was sie erlebt haben und was für Gefühle sie in sich tragen und ob sie gerade trauern oder nicht. und dass es deswegen einfach umso wichtiger ist, allen Menschen da draußen mit Empathie zu begegnen, weil wir einfach nicht wissen können, ob sie gerade zwei lächeln, aber innerlich tief traurig sind beispielsweise. Klar, also ich bin auch immer dafür, eher jemanden anzulächeln als grimmig anzuschauen. Das ist, glaube ich, schon eine schöne Einstellung irgendwie, weil da kommt einfach, ja, ich kann nicht die Verantwortung für alle Gefühle der Welt da draußen tragen, aber ich kann mich so verhalten, dass ich keine weiteren verletze. Ich glaube, das ist wichtig und das war sehr, sehr schlimm für uns, die unsichtbare Elternrolle, bis wir auch wieder schwanger wurden und meine zweite Tochter geboren wurde. Das war hart, weil es war halt irgendwie auch, und wie oft man auch fragt, wie viele Kinder hast du denn? Wie schafft man es und was waren eure Tricks und wie habt ihr euch gezwungen, überhaupt nach so einem Schicksalsschlag wieder ins Leben zu finden? Ja, gezwungen trifft es ganz gut. Also wir haben einfach versucht, wie gesagt, wie ich es vorhin schon versucht habe, so zu zeigen, es ist, man wacht ja trotzdem jeden Tag auf und es gab den Moment, da hatte ich eine Einladung zu einer Veranstaltung über so eine PR-Agentur und das war nach circa elf, zehn Wochen nach der Geburt und ich habe zu Tronje gesagt, ich glaube, ich glaube, wir sollten da hingehen. Es war einfach komisch, dort zu sein, weil wie gesagt, was haben wir denn zu erzählen? Aber es war wichtig. Zum einen habe ich dort eine, heute sehr, sehr gute Freundin kennengelernt und zum anderen habe ich da angefangen, diese Scheuklappen leicht abzunehmen und es ist Überwindung, es ist bis heute Überwindung. Also wir sind jetzt nicht mehr die Menschen, die gerne einfach auf Ausstellungseröffnungen gehen oder so, wie wir es vorher gemacht haben. Es ist alles sehr anstrengend und zehrend. Wir kommen immer wieder mal, wenn wir eingeladen werden oder so, dem nach, jetzt mit kleinem Baby aktuell nicht, aber ich würde nicht sagen, dass wir wieder ins Leben gefunden haben, so wie wir es vorher gelebt haben. Wir haben ein anderes Leben wiedergefunden. Wir sind sehr, sehr zurückgezogen. Gleichzeitig sind wir aber sehr outgoing Menschen, wenn wir unter Leuten gehen und wir lieben das auch, also uns zu unterhalten, halt im Sinne von, ohne dass ich jetzt alles neutralisieren will, was ich davor gesagt habe, es ist jetzt eine Zeit vergangen, in der wir die Möglichkeit hatten, das als unser Leben zu akzeptieren, dass wir diese unsichtbare Tochter haben, die für uns immer sichtbar ist irgendwie. Und dass wir auch mit der Zeit gelernt haben, wir können auch wo sein, ohne sie zu erwähnen, ohne dass es sich für uns falsch anfühlt, weil sie noch so nah dran ist. Wenn mich jemand irgendwas fragt, was ich die letzte Zeit getan habe, habe ich jetzt andere Antworten, weil andere Dinge passiert sind. Du hast gerade mehrfach gesagt, man lernt es auch. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, in Trauerphasen oder wenn Schicksalsschläge passieren und wenn sich das Leben von einem Tag auf den Ändern massiv ändert, dass man sich auch zugestehen darf, dass es eine Lernphase ist. Also man, so wie man keine Sprache von heute auf morgen lernen kann, kann man auch nicht von heute auf morgen lernen. Erstens, wie man richtig trauert, wie man eben ein anderes Leben findet, wie man sich selbst als andere Person auch kennenlernt. Du hast ja auch gesagt, ihr seid einfach nicht mal die Person, die ihr logischerweise davor wart. Und dass man das alles erlernen muss, auch wieder neu bei sich selbst. Ja, man muss halt wieder lernen, aufzustehen. Und gleichzeitig ist es das, was man daraus macht. Also ich habe für mich zwei Aussagen, die genau das für mich sind. Zum einen, dass diese Erfahrung wie eine Superpower ist, wenn man das geschafft hat, sie zu verinnerlichen, zu verstehen oder auch einen Abstand dazu zu kriegen. Und ein anderer Freund von mir meinte, es ist ein merkwürdiges Privileg. Und so fühlt es sich auch tatsächlich an. Und Privileg wird ja eher verstanden, dass man ja was hat, was die anderen nicht haben, was einen besser macht oder wertiger oder wie auch immer. Und so sehe ich das nicht. Ich sehe es aber wirklich als eine Art Geschenk an. Ich musste aber erst an den Punkt kommen. Ich glaube, ich habe aber auch nur Frieden damit finden können, weil ich verstanden habe, dass Cleo sich für mich in meinem Verständnis eben mich ausgesucht hat und ich so stolz auf mich sein kann, dass ich diesen Raum halten kann. Und nach diesem Event, an diesem Event ist ein Foto entstanden und das habe ich dann auch genutzt, elf Wochen nach der Geburt, um das erste Mal öffentlich damit umzugehen und zu sagen, unsere Tochter ist gestorben. Weil natürlich sich viele gefragt haben, was ist denn los und so. Und ursprünglich bin ich in München aufgewachsen und ich wusste, wenn ich da einmal noch hingehe, ich treffe gefühlt alle fünf Minuten jemanden auf der Straße und alle werden mich danach fragen. Und das war eigentlich so der Anfangsgedanke, warum ich das überhaupt öffentlich machen wollte, weil ich wollte, dass viele wissen und dann können die untereinander darüber sprechen und ich werde nicht mehr damit belangt. Und ich habe aber dadurch gemerkt, wow, da habe ich richtig was losgetreten. Es haben sich Frauen bei mir gemeldet mit ähnlicher Geschichte. Es haben sich Frauen bedankt eben mit ähnlicher Geschichte, weil es noch so ein stark schambehaftetes Thema ist. Es ist ja auch so, dass mich keiner gefragt hat, wie war die Geburt? Darf ich mal ein Bild von deiner Tochter sehen? Diese ganzen Sachen wurden uns genommen. Keiner wollte wissen, wie sie aussieht. Sie war zuckersüß, kann ich auf jeden Fall sagen. Superschön. Man hat, ja, man hat jetzt, wo ich Abstand habe, gesehen. Aber es war jetzt nicht so, dass man so ein schreckliches Bild von irgendeinem toten Kind gesehen hätte oder so. Das hat mich immer sehr verletzt, weil ich wollte auch darüber sprechen, dass ich eine Geburt hatte. Ich wollte auch darüber sprechen, dass ich Mama bin. Genau. Aber das wollte keiner wissen und konnte auch keiner sehen. Und deswegen bin ich damit dann die Öffentlichkeit dann auch gegangen, damit ich diesen Schritt nicht mehr tun muss, dass ich jedem Einzelnen erzählen muss. Und wie gesagt, es kam dann auch viel positives Feedback im Sinne von auch diesen ganzen Frauen, die sich gemeldet haben, denen Ähnliches passiert ist. Ja, und ich glaube auch gerade, deshalb müssen wir einfach mehr über diese Themen sprechen, weil wir erstens auch nie wissen, wann uns selber irgendwie sowas passieren könnte. Und zweitens, dass wir einfach auch lernen, mit so etwas für andere Menschen besser umzugehen und einfach eine Umarmung zu schenken, wo eben eine Umarmung wichtig ist und eben sich nicht zurückzuziehen oder komische Fragen zu stellen. Genau. Und ich habe auch wenig gefunden für Sternen, Kind, Eltern beziehungsweise Regenbogen, Mütter. Ich habe aber allerdings eine Frau gefunden, der ich sehr dankbar bin. Würde ich mal ganz kurz, falls sich jemand zuhört, der vielleicht in so einer ähnlichen Situation ist, würde ich kurz Werbung machen will, weil ich ihren Kurs gemacht habe und der mir wirklich geholfen hat. Das ist Kerstin Ziegler und sie hat den Instagram-Händel Regenbogenmamas. Und Kerstin ist das selbst passiert in einer sehr späten Woche und sie hat eben damals auch keine Hilfe erfahren und hat aber ein Programm ins Leben gerufen als Coachin, wo sie eben Frauen hilft, mit einem gewissen Programm und gewisse Tools an die Hand zu geben. Und das war für mich sehr, sehr wichtig, weil dieser Kurs sich danach ausrichtet auf die Regenbogenschwangerschaft und nicht auf, ja, das klingt total gemein, wie ich es jetzt gerade in meinem Kopf habe, aber diese Pity-Party, die man mit sich selbst schiebt, eben dieses Warum-Ich und so weiter, sondern zwangsläufig setzt du dich damit auseinander, aber es hat den Fokus auf, ich möchte danach ein Regenbogenkind haben. Und das hat mir sehr geholfen, war natürlich auch nicht, krank, dass er das auch nicht gezahlt, das musste ich mir auch irgendwie aus dem Rippen lehren, aber es hat sich für mich sehr gelohnt. Und ohne Frauen, die wirklich damit öffentlich reden, ist das weiterhin noch so ein schambehaftetes Thema. Und ich will mich nicht dafür schämen, dass meine Tochter gestorben ist. Und man sagt ja auch oft, die Kinder haben es geschafft. Meine Tochter hat es nicht geschafft. Was ist das für ein Stempel meiner Tochter gegenüber? Was hat sie nicht geschafft? Sie hat nicht geschafft zu atmen oder was soll das sein? Also sie hat ja auch gelebt zum Thema, wo fängt Leben an? Der Staat sagt, ab der Geburt, ich weiß sie, ich weiß, sie hat die ganze Zeit in mir gelebt. Ich habe Videos, wie sie sich da drin boxt und keine Ahnung was. Es ist schwer, dass sie überhaupt anerkannt wird. Lass uns über deinen Regenbogen, deine Regenbogenschwangerschaft sprechen. Kannst du dich noch erinnern, ob es so einen Moment gab, wo du so das Gefühl hattest, ach, jetzt irgendwie komme ich wieder im Leben an, also in meinem neuen Leben an? Also gab es irgendwie so einen Moment, wo du dachtest so, ah, jetzt geht es bergauf für mich, für die Zukunft? Jein. Ich würde nicht sagen, dass es so ein Aha-Moment war. Ich würde sagen, es war ein Moment, wo ich mein Schicksal selbst in die Hand genommen habe. Cleo war 2022, ich habe ihr noch das ganze restliche Jahr gegeben und ab 2023 habe ich für mich beschlossen, möchte ich schöne Erinnerungen schaffen und habe dann am 01.01.2023 meinem Freund einen Antrag gemacht. War schön. Ja. Und er hat ihn auch angenommen, zum Glück. Und das war so der erste Step. Und ich meine, ich bin in der Woche auch schwanger geworden. Es kommt hin zeitlich. Am Ende Januar stand ich mal im Rossmann und dachte mir, ich hole jetzt mal einen Test. Aber ich hole nur einen. Und den werde ich nur machen, wenn ich mir sicher bin, dass er positiv ist. Und dann kam Freya schon. Ich hätte selber nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber tatsächlich werden die meisten Sternenmütter innerhalb des ersten Jahres wieder schwanger. Viele auch in den ersten sechs Monaten wieder. Ja, aber ich kann mich auch vorstellen, dass dieses Thema Sexualität als Paar ja dann auch sehr schwierig ist, wieder anzugehen. Es kommt darauf an, um wirklich ehrlich zu sein, nach Cleo fiel es mir leichter als jetzt nach Freya. Ich glaube, es hat auch viel mit Zeit zu tun. Aber es hat auch viel damit zu tun, dass ich diese Nähe, Verbundenheit, dieses wieder bei sich ankommen, da ist Sex ein schöner Katalysator für und auch für die Beziehung wichtig. Und gut, wenn das geht. Wir haben uns Zeit gelassen. Wir waren sehr vorsichtig. Er hat immer meine Wünsche respektiert, auch wie eben zeitlich oder Verhütung oder wie auch immer. Das war extrem wichtig. Und ich glaube, dadurch konnte ich auch irgendwann wieder ein Stück weit, ich meine, ich war ja dann so schnell, ich wurde ja ins Leben geworfen. Ich hatte keine Zeit zu trauern, weil ich, also im Sinne von, ich konnte trauern nach der Arbeit. Ich musste davor arbeiten gehen. Erstmal muss man funktionieren und dann... So ist es. Und hin und wieder hat es mich dann auch echt zusammengelassen. Also mir ging es wirklich nicht gut in der Zeit. Ich glaube, damit hat es angefangen, dass ich gesagt habe, so und jetzt nehme ich mein Glück in die Hand und mache das auch. Und das Glück kam dann, ihr wart dann verlobt und du bist dann auch relativ eben schnell schwanger geworden. Als du diesen Schwangerschaftstest gemacht hast und gesehen hast, dass du wieder schwanger bist, was hat das in dir ausgelöst? Ich habe vor Glück geweint. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so krass gefreut. Ich glaube, ich habe mich genau eine Woche gefreut, bis ich Angst bekommen habe. Also ich hatte dazwischen, war ich einfach so beseelt und so glücklich, dass ich wieder das Glück hatte, schwanger zu sein und gleichzeitig wahnsinnig Angst. Und dann geht natürlich die Arbeit erst los. So eine Regenbogenschwangerschaft ist kein Walk in the Park. Es ist mehr in den Auslöser. Kannst du nicht reingehen. Deiner, wie gesagt, Trauma sitzt im Körper. Mir ist wahnsinnig zum Thema. Was mir geholfen hat, Osteopathie. Ich beschwöre auch so wahnsinnig auf Osteopathie. Du hast Angst bekommen in der Schwangerschaft zu deinem Regenbogenkind. Wie hast du diese Schwangerschaft erlebt und auch wie habt ihr das als Paar gemeinsam erlebt? Es war ein Auf und Ab. Eine echte Achterbahnfahrt. Und ich glaube eben, dass mir der Kurs mit Kerstin sehr geholfen hat, weil sie mir verschiedene Tools an die Hand gelegt hat. Und weil der Austausch mit anderen Regenbogenmüttern, auch in der Community, die sie mittlerweile, also wir reden immer so von, wie selten das ist in dieser Telegram-Gruppe, ist es glaube ich, in der ich bin, sind knapp 100 Sternenmütter. Nur in dieser einen Gruppe, die halt bei ihr den Kurs gemacht haben. Also wir wissen gar nicht, wie viele da draußen allgemein sind. Und das finde ich immer so, man ist dann auf der Prozentzahl gesehen, bist du jetzt irgendwie, was war das, zwei Komma irgendwas Prozent? Aber das klingt immer so nach so wenig, aber ich sage auch immer so, hinter diesen Prozentzahlen steht eine viel größere Zahl an echten Menschen, die das eben durchlebt haben. Deswegen meinte ich auch damals so. Sie sagt, ja, sie sind die Ausnahme, ja, aber die Ausnahme fühlt sich auch kacke. Ja. Das ist egal. Auch bei der Regenbogenschwangerschaft war es dann auch so, ja, das passiert kein zweites Mal. Und ich habe sie eingestellt und dann meinte sie mich, ich habe mir dann eine neue Gynäkologin auch gesucht. Die war dann auch so, ja, ich weiß, Frau Sareiber, das sage ich gerade der Ausnahme. Und deswegen ist es schwer zu glauben, aber es passiert nicht zweimal. Ich habe leider jemanden kennengelernt, dem es zweimal passiert. Okay, wow. In einer anderen Woche. Aber das habe ich gewusst und das hat mir ganz schön Angst gemacht. Vor allen Dingen, weil Freya tatsächlich am Anfang auch Komplikationen hatte. Also ich hatte einen Bluterguss an meiner Fruchtblase. Wenn der aufgegangen wäre, wäre sie abgegangen. Und ich lag, habe mich darauf, in sechs Wochen lag ich im Bett mit dieser Schwangerschaft und dem Wissen, was ich hatte. Es war hart und ich glaube, ich musste noch nie so stark sein. Was hat dir da geholfen vor allem? Also waren es auch wieder Mindset-Praktiken, waren es viele Gespräche auch mit deinem Partner darüber, viel darüber, also rauslassen, Gefühle rauslassen? Ich war ja auch nach wie vor in Therapie. Das habe ich vorher nicht erwähnt. Ich habe vor Cleo auch schon Therapie gemacht. Die ist dann zu Ende gegangen und dann wollte mich die Krankenkasse auch für zwei Jahre sperren. Wir haben dann geschafft, wirklich ganz, ganz schwer, wir haben es geschafft, dass ich noch mal weitermachen darf für ein paar Stunden. Das hat mir geholfen, das war wichtig, therapeutische, psychologische Hilfe. und ganz ehrlich, Trash-TV ohne Ende. Echt, ich musste mich krass viel ablenken. Egal, für manche Frauen sind es Disney-Filme, für mich war es die Kardashians oder irgendwas. Ich finde es so cool, dass du es jetzt hier sagst, weil ich finde auch so Trash-TV oder generell TV wird immer so abgestempelt, als irgendwas, was auf keinen Fall man angucken darf und man vergisst einfach ganz oft, dass es einfach auch ein Cooping-Mechanism ist und dass es einfach hilft, den Kopf abzuschalten und in eine Welt abzutauchen, wo man nicht nachdenken muss. Wenn du überleben willst, so eine belastende Zeit, dann ist egal, welches Mittel. Ich habe am Anfang mich super schlecht gefühlt, dass ich stundenlang auf Instagram nur so gemacht habe. Ich habe das meiner Psychologin gesagt und sie war so, Überleben ist wichtiger. Und sie hat recht und ich habe das auch mitgenommen, wenn ich Regenbogen schwanger schaffe. Ich durfte, also selbst wenn ich absolut komplikationslose zweite Schwangerschaft gehabt hätte, total egal. Es ist einfach, was einem hilft, wenn man das bewusst macht. Das ist der Unterschied, wenn du wirklich nur dich jeden Tag damit voll schüttest, ohne darüber nachzudenken oder so. Dann ist es, glaube ich, was anderes. Dann kann es, glaube ich, auch schwierig werden psychisch. Aber wenn du bewusst das nimmst als Mittel der Wahl, wenn du sagst, hey, ich bin hier gerade in so einem Hamsterrad gefangen, ich gehe gerade die Absperrtspirale wieder runter, ich spüre sie jetzt zum Beispiel klassischer Fall, das Kind schläft ein paar Stunden am Tag. Ich habe sie schon ein paar Stunden nicht mehr gespürt. Ja, Panik wahrscheinlich, oder? Total helle Panik. Ich kann gerade nicht einschlafen. Helle Panik. Okay, was mache ich jetzt? Mein Freund ist arbeiten, ich bin alleine zu Hause, das Kind bewegt sich nicht, ich kriege Angst. Ich kann sagen, ich kann mit meinem Mann drin gehen, ich kann irgendwie versuchen, was weiß ich nicht, an meinen Notizblock und sage, okay, was habe ich mir rausgeschrieben? Beispielsweise der Satz hat mir geholfen, ich tue immer am besten und gebe ab, was nicht in meiner Hand liegt. Ja, dann habe ich es mir sogar an die Badezimmertür geklebt, wie so ein Wandtattoo, damit ich das jedes Mal sehe, aber es hat nicht jedes Mal geholfen. Manchmal musste ich auch einfach radikal mich aus dieser Realität entfernen und habe dann, weiß ich nicht, mit Vorliebe, die Ochsenknechts oder irgendwie Love is blind. Wow, konnte ich mich da reinsteigern. Hauptsache, ich habe mich nicht in das andere Extrem reingesteigert, weil auch mein Kind in meinem Bauch das merkt. Wenn ich nonstop nervös bin, nonstop Cortisol da reinschieße, da spürt das Baby. Und Freya war eh immer schon von Anfang an einfach so ein kommunikatives Kind und hat eine ganz andere Energie gehabt als Cleo. Ich wusste, ich muss darauf vertrauen. Ja. Und sie hat mir immer, 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 weil sie weiß auch, zu wem sie gekommen ist. Sie hat mir immer, immer Zeichen gegeben. Und dieses Thema Vertrauen, das lernt man ja auch sehr viel in seinen spirituellen Praktiken, sage ich jetzt mal. Das Thema Vertrauen kommt da immer wieder auf. Aber ich möchte es hier nochmal aufgreifen, weil ich auch ganz fest daran glaube, dass auf ganz abstruse Art und Weise das Leben für einen passiert und auch schwierige Schicksalsschläge irgendwie gesehen für einen passieren, im Sinne, dass man das retrospektiv dann betrachten kann und sieht, dass es einem zum Wachstum geholfen hat oder vielleicht ist es darauf andere Sachen entstanden, wie man zum Beispiel von der Frau Ziegler, die jetzt andere Kurse anbietet, um eben anderen Frauen zu helfen und darauf eben das Vertrauen zu haben, dass man nur auch so ein Stück weit sein Bestes geben kann und der Rest ist einfach nicht in der eigenen Hand und dass man darauf vertrauen eben muss, dass es gut wird. Ja. Und nur weil es einmal schlecht gegangen ist, dass es nicht heißt, dass es das zweite Mal auch schlecht sein wird. Total. Ich glaube, dass es auf jeden Fall, dass ich jetzt so darüber denken kann, dass ich auch relativ früh so darüber denken konnte. Ich weiß aber auch, dass diese Aussagen sehr, sehr verletzend sein können. Also als ich das zum Beispiel von Personen gehört habe, kurz nachdem sie verstorben war oder so, für was war das gut und so. Mein Freund, der ist gar nicht so der Meinung, der mag das gar nicht auch von mir so gerne hören. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber das war damals so. Das ist mein Weg, damit so umzugehen und ich glaube, ich ziehe daraus Stärke. Für mich war tatsächlich spirituelle Praxis in dem Sinne war für mich zu erkennen, dass ich ein sicherer Ort bin. Weil wenn ich eine Sache erst neulich in der Meditation verstanden habe, dass ich mich nicht mehr in meinem Körper sicher fühle, dass das das nächste Projekt ist. Weil auch spirituell gesehen, ich habe in meinem Körper Leben und Tod getragen. Und das macht was mit einem. Die Zellen machen was mit einem. Kinder hinterlassen immer Zellen. Ich hatte ja auch körperliche, ich hatte Herzrhythmusstörungen, alles mögliche hatte ich. Zellen dieser Babys, die in deinem Körper waren, egal wie lange sie da waren, wandern auch zu den Stellen im Körper, die vielleicht Hilfe brauchen oder nicht. Aber auf jeden Fall wandern die in den Körper und setzen sich ab im Hirn, Lunge, Herz. Ich hatte das stark am Herz, diese Erfahrung. Und ich glaube, dass der spirituelle Kontext dabei für mich sehr wichtig war. Ich kann aber verstehen, wenn manche Menschen vielleicht nicht viel damit irgendwie anfangen können. Aber ich glaube, dass es was damit zu tun hat, wie man das für sich betitelt. Vielleicht bedeutet das für jemanden was ganz anderes als für mich. Und nur weil ich jetzt ganz klassisch meditiere oder gerne zu alternativen Ärztinnen gehe, weil es mir hilft. Vielleicht hilft jemand anderem etwas Weltlicheres, in Anführungsstrichen. Aber für mich war das wichtig zu verstehen. Ich habe für mich immer verstanden, was Cleo für mich bedeutet. Und ich habe für mich auch verstanden, was Freya für mich bedeutet. Wie war die Geburt von Freya für dich, nachdem du schon eine Geburt erfahren hattest? Freyas Geburt? Die war, also als Sternenmama darf man tatsächlich viel aussuchen, im Sinne von, man darf früher einleiten. Wir haben uns dafür entschieden, die Geburt einzuleiten, weil alle, und auch ich selbst, alle Ärzte und ich selbst, wir wollten nicht in die, so nah an die Woche kommen, in der Cleo verstorben ist. Es hatte keinen medizinischen Grund. Es hatte nur einen psychischen Grund. Aber das ist ja auch schon einfach, also die Psyche macht ja auch sehr viel. Genau. Ich wollte eigentlich mit der Hebamme entbinden, mit der ich Cleo entbunden habe. Die war aber leider im Urlaub. Und es gab den Moment, wo meine Psyche gesagt hat, stopp, ich kann nicht mehr. Und ich dann auch dieses Angebot wahrgenommen habe. Ich habe es mir offen gelassen bis zum Schluss. Aber in der 39. Woche habe ich dann angefangen, einzuleiten mit Tabletten. Und wie schon bei der ersten Geburt, wenn die Wehen dann mal anfangen, dann sind die nicht mehr aufzuhalten. Ich wusste aber, was auf mich zukommt. Und ich weiß noch, wie die Hebamme kam. Und man ist dann viel am CTG-Gerät, an diesen Herztönenmesser und so weiter. Und sie meinte, und wie schaut es aus? Und ich meinte so, ja, sind schon regelmäßig schon so alle sieben Minuten, aber ich kann ja noch reden. Ich kann sie noch wegatmen und so. Und dann so, ja, was meinst du? Halbe Gabe? Also oder eine Ganze? Und ich meinte so, ja. Die so, machen wir eine Ganze? Ich so, ja, wir machen eine Ganze. Das ist mein zweites Kind. Ich mache jetzt hier nicht noch einen ganzen Tag lang Wehen oder so. Ich meinte so, machen wir Gebeben. Ja, Gebeben. Wir machen das jetzt. Ich bringe heute mein Kind zur Welt. Und dann war es auch wirklich krass schnell. Also tatsächlich, ja, die Wehen, sobald sie regelmäßiger wurden, bin ich aufgestanden, bin nochmal spazieren gegangen, habe mich eingeweht, zusammen mit meinem Partner, eingetönt, eingeweht. Dann sind wir in den Kreißsaal gegangen, eine halbe Stunde später. Da waren die Wehen schon bei zwei, drei Minuten und auch schon nicht mehr wegzuatmen. Und dann bringen die uns doch tatsächlich in den Kreißsaal rein. Ich war ja wieder im gleichen Krankenhaus, weil die uns so gut behandelt haben. By the way, auch während der Schwangerschaft, um einfach so konfrontationsmäßig die Räume zu sehen, in denen sie verstorben ist und so weiter. nicht verstorben ist, indem wir den Tod festgestellt haben, um diese Angst vor diesen Räumlichkeiten zu verlieren, weil ich wusste, ich werde da nochmal reingehen und es sollte die Geburt nicht aufhalten. Und dann habe ich da schon voll die Wehen und komme da rein in den Kreißsaal und dann ist es der Kreißsaal, in dem sie Cleo aufgebahrt hatten. Und dann habe ich gesagt, ey, ich bin rückwärts wieder rausgegangen. Ich meinte, so geht nicht, auf gar keinen Fall. Die Acker, kein Problem, Entschuldigung, wussten wir nicht. Komm, dann geht bitte in die Eins und ich so, ja, das ist der Kreißsaal, in dem Cleo geboren wurde. Aber ich habe da so einen Stuhl gesehen, ich so, da will ich hin. bin da reingegangen, ich war vorher schon mal in diesem Kreißsaal und ich war so, vielleicht sollte es auch sein, vielleicht darf sich hier der Kreiß schließen. Full Circle Moment. Genau, vielleicht darf das hier auch passieren. Und das heißt, ich habe Freya im gleichen Bett bekommen wie Cleo, was für mich erstens in dem Moment auch gar nicht so relevant war, weil ehrlich gesagt, du kriegst nicht mehr viel mit, wenn du richtig in den Wehen wirst. Ich habe nur gesagt, bitte Herztöne diesen Monitor leise wegdrehen von mir, ich will damit nichts zu tun haben. Wenn was mit dem Kind wäre, Bescheid sagen. Ja. Und dadurch, dass meine zweite, seit zweite Geburt war, bin ich auch nicht mit irgendeinem Geburtsplan angekommen, weil ich wusste, den kann man eh gleich in die Tonne kippen. Und habe gesagt, was mir wichtig ist, wenn sie da ist. Und dann kam sie auch tatsächlich innerhalb von zwei Stunden und ich habe sie tatsächlich auch in den Fang nehmen können. Ich habe keine Zeit mehr für eine PDA oder so gehabt. Ich wollte die erst mal nicht machen, weil ich wollte, ich hatte so das Bedürfnis, alles zu spüren. Und als ich alles gespürt habe, hatte ich das Bedürfnis, nicht mehr alles zu spüren, aber dann war es zu spät. Dann war es zu spät. Da meinte die, hier war man so, ich meinte ihnen so, Moment, verpasst. Ich saß, da stand im Vierfüßlerstand und ich so, okay, ich glaube, ich denke jetzt über eine PDA nach. Und sie war dann so, ich untersuche dich mal eben. Ich konnte mich schon kaum mehr auf den Rücken drehen. Und dann sagte sie, acht Zentimeter, aber wenn du willst, rufe ich den Arzt. Und ich war so innerlich so, die verarscht mich. Ich weiß, dir wird gar kein Arzt mehr gerufen. Und ich glaube, da kam auch, diese Geburt war super erleichterend, da kam wahnsinnig viel Wut hoch, ich war so aggressiv. Und das ist ja immer das, dass die sagen, wenn die Frau anfängt zu schimpfen ohne Ende, dann weißt du, dass das Kind gleich da ist. Und ich habe wirklich, ich glaube, ich habe meinem Freund fast die Hand gebrochen. Ich war wirklich so in einem Rage-Moment. Und gleichzeitig gab es den Moment, wo die Hebamme meinte, willst du den Kopf anfassen? Und ich durfte auch Cleos Kopf anfassen. Und dieses Mal war es aber so, dass der Kopf warm war. Und Clefreyas Kopf war warm, Cleos Kopf war kalt und da musste ich nochmal so weinen. Und da durfte ich nochmal richtig loslassen. Da durfte ich mir sagen, das ist nicht Cleo. Ich durfte mir sagen, ich bin in Verbindung gegangen mit Freya in diesem Moment, habe mich mit ihr verbunden und habe gesagt, du, eine andere Schwangerschaft, andere Geburt, anderes Ende. Dass dieses Kind wird schreien, dieses Kind wird atmen. Ich weiß es. Dieses Kind fühlt sich warm an und ich habe mit ihr gesprochen und war so, das schaffen wir jetzt. dann war sie zwei wehen später da und ich habe sie tatsächlich in den Fang nehmen können. Also ich habe sie direkt genommen. Ja. Und sie hat geweint und geschrien und das war gar nicht so ein krasser Moment, wie ich gedacht hätte, dass er wird. Wollte ich eigentlich jetzt bei meiner nächsten Frage gewesen. Ja. Weil jetzt bist du ja eine von den Müttern, die du bei deiner ersten Geburt gehört hast damals. Ja, ich habe irgendwie vielleicht, weil ich viel erwartet hatte. Aber ich glaube, wenn man manchmal, wenn man sich Dinge vorstellt und weiß, also so ich so da in diesen, in dieses Vertrauen auch gibt, überrascht einen das nicht, wenn es tatsächlich kommt. Also es hat sich, ist mich nicht überrascht angefühlt, angehört oder sonst was. Es war auch nicht, wo man sagt, ach, das ist der schönste Moment des Lebens. Ich hatte diese Zeit dafür gar nicht. Ich war so überwältigt, auch von meinem eigenen Körper und von all dem, was darüber passiert. Und man muss fairerweise dazu sagen, sie haben sie mir auf die Brust gegeben, sie hat gelebt, aber ich selber habe sehr viel Blut verloren und dann war erst mal die Sorge um mich, weil ich nicht mehr aufgehört habe zu bluten. Und dann war noch mal kurz Action mit Ärzten und so weiter. Aber als dann klar war, mir geht es auch gut, was ich denen auch hätte sagen können, weil ich war so im Zen mit mir. Ich wusste, dass alles in Ordnung ist. Aber da sind sehr viele Momente passiert und ehrlich gesagt, das ging noch wochenlang. Ich glaube, alle Eltern schauen, ob das Kind noch atmet. Aber ich bin wirklich auch echt aufgewacht und musste einfach verstehen, dass dieses Kind, das neben mir liegt, wirklich meine Tochter ist, dass sie lebt, dass sie da ist, dass sie nicht geht. Weil ich kenne auch viele Mütter, deren Kinder im Wochenbett verstorben sind. Und diese Zeiten zu über, jetzt mit Wochen und Monaten habe ich das Vertrauen. Aber es gibt immer noch Momente, wo ich sie anschaue und mir sage, du bleibst. Also Kinder müssen ja auch erst lernen zu atmen, weiß man vorher auch nicht. Die fangen dann irgendwann an, kurz Stopp zu machen und du bist so. Aber dann machen sie und dann gehen wir jetzt weiter. Solche Momente gibt es schon auch. Und ich glaube, als betroffene Sternenkirft-Eltern ist das, kommt da was anderes hoch in einem. Aber ich glaube auch, dass dieses Schreien, auch gerade, wenn sie wirklich wegen Befindlichkeiten schreien oder so, wenn viele genervt sind von ihren Kindern, ist es, glaube ich, so für mich immer ganz klar gewesen, schreiendes Baby, lebendes Baby. Das ist eine ganz andere Art, glaube ich an. Nicht, dass ich glaube, dass alle undankbar sind, die Kinder kriegen und vorher keins verloren haben, um Gottes Willen. Die haben auch eine andere Referenz. Die haben halt nicht diese Erfahrungen gemacht. Genau. Und die haben auch Ängste. Nur ich glaube, dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, einfach sehr, sehr stark formt, wie ich mein Kind danach wahrgenommen habe. Liebe Anna, du hast ein Regenbogenkind, du hast ein Sternenkind. Wie geht es dir heute und was würdest du sagen, sind deine größten Wünsche? Mir geht es heute gut im Vergleich zu dem, wie es mir vor zwei Jahren ging. Ich bin sehr dankbar für jeden Tag, den ich mit Freya habe und habe aber die gleichen Struggles wie alle Mütter. Bin oft genauso genervt und überfordert und gehe an meine Grenzen und lebe mit Cleo im Herzen und Freya an der Hand und denke jeden Tag an Cleo, weine immer noch um sie, werde auch mein Leben lang um sie weinen, aber gleichzeitig ist sie wie unser Schutzengel und so betrachte ich sie auch und sie ist immer bei mir und sie ist auch bei Freya und Freya wird mit ihrer großen Schwester aufwachsen. Wir werden Geburtstage feiern, wie sie schon gefeiert haben, wir feiern auch Cleos Geburtstag übrigens. Also wir machen auch für sie einen Kuchen und es gibt auch andere schöne Rituale für Sternkinder. Cleo ist auch regelmäßig zu anderen Sternkinder-Geburtstagen eingeladen. Was ich mir wünschen würde und das ist ein ganz allgemeiner Wunsch, der hat eigentlich mit allem zu tun, dass wir vielleicht wieder lernen, als Gesellschaft mehr Mensch zu sein oder dieses typische ich wünsche mir Frieden auf der Welt. Ja, es ist, wieso wird das als naiv wahrgenommen? Ich glaube, das ist total wichtig, gerade jetzt Empathie zu zeigen und nicht mal, dass wir alle irgendwie laut sagen müssen, was uns passiert ist, sondern vielmehr einfach einen freundlichen Ton mit dir selbst und mit anderen anzuschlagen. Ich glaube, damit wäre schon sehr, sehr viel getan, aufzustehen in der U-Bahn, wenn dann eine Frau mit Kinderwagen kommt oder ein älterer Mensch, wenn Menschen mit Behinderung kommen, denen Platz machen, vielleicht jemanden fragen, ob man eine Frau anbieten kann, die kleinen Dinge. Ich glaube, das würde ich mir wünschen, dass das wieder mehr Einzug findet. Ja, mehr Respekt füreinander. Vielen Dank, liebe Anna, dass du uns heute deine Geschichte erzählt hast und die Geschichte auch von Cleo und Freya erzählt hast. Ich habe wahnsinnigen Respekt vor dir und vor deinem Partner, was ihr, wie ihr das geschafft habt, diesen Schicksalsschlag auszuhalten und in eine Stärke zu verwandeln und weiter nach vorne zu gehen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist und es kostet auch wahnsinnig viel Mut, das alles hier zu erzählen. Es ist ein sehr emotionales Thema natürlich auch und erfordert einfach sehr viel Stärke. Deswegen vielen, vielen Dank. Danke auch dir. Liebe ZuhörerInnen da draußen, das war die weitere Folge von Talk the Walk. Wie immer findet ihr weiterführende Materialien in den Shownotes, was ich glaube auch bei diesem Thema sehr, sehr wichtig finde. Das heißt, ihr könnt da auch nochmal vorbeigucken, falls ihr weitere Hilfestellungen braucht oder Informationen zu dem Thema Sternenkinder. Ihr könnt euch auch weiterhin auf meinem Instagram-Kanal Claudie Z. austauschen, da wird es einige Videos dazu geben und so kurze Snippets zu dieser Folge. Also hier könnt ihr euch auch austauschen und connecten, falls ihr möchtet. Und wie immer kommt die nächste Folge von Talk the Walk nächste Woche Donnerstag. Ihr habt bis dahin noch ein paar To-Dos und dürft jetzt und gerne diesem Podcast auf allen Kanälen folgen und ihn abonnieren. Ihr dürft Bewertungen hinterlassen und ihr dürft vor allem auch die Folgen weiterleiten an Menschen, von denen ihr denkt, dass sie diese Inspiration brauchen und vielleicht auch diesen Mut brauchen, diese Geschichten eben auch zu hören. Aber leitet auch gerne die Folgen weiter an Menschen, die vielleicht jetzt noch gar nichts mit diesem Thema zu tun hatten. Aber ich einfach glaube, dass wir immer von jeder Geschichte und von jedem Mensch sehr viel lernen können. Und was mir auch diese Folge heute auch nochmal gezeigt hat, ist, dass wir nicht wissen können, wann uns ein Schicksalsschlag ergreift und ereilt. Und dass wir lernen müssen, dann auch damit umzugehen und als Gesellschaft auch da eine helfende Hand hinzuhalten und Empathie zu haben für genau diese Menschen. Weil man kann eben von außen auch nicht sehen, was jemand gerade durchmacht und wo jemand gerade leidet und was jemand widerfahren ist. Deswegen vielleicht nochmal ein Appell da draußen, seid lieb zueinander, so platt, wie sich das anhört, so tief geht genau dieser Spruch. Und nur wenn wir empathischer sind, schaffen wir es eben auch, als Gesellschaft weiter zusammenzuwachsen und Menschen eher in ihrem Heilungsprozess zu unterstützen. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei Talk2Walk. Ich bin Claudi und ich freue mich, dass ihr da seid. Talk2Walk wird präsentiert von Tamaris. Und wie versprochen, habe ich jetzt noch ein kleines Goodie für euch. Mit dem Code Talk2Walk15 bekommt ihr 15% Rabatt. Den Rabatt gibt es aber im Einkaufswert von 49,95 Euro auf alle Artikel, die nicht reduziert sind. Ganz viel Spaß beim Shoppen und bis nächste Woche.